Cute Baby Melee, der Kanal für Kinder Hallo, heute machen wir mal ein Feuerwehrauto auf und, ähm, weiß ich nicht mehr, ähm, weiß ich nicht mehr Ja, genau, wir machen ein Feuerwehrauto auf, ganz einfach Feuerwehreinsatz-Jeep-Eiradfahrzeug Das, 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 das Okay, machen wir mal auf alles Was ist das, bitte? Ich will nachbauen, gucken, was da drin ist Jetzt holen wir wieder die Räder Die kannst du dir da drin bauen Notruf, einsatzlos Soll ich in der Zeit mal eine Figur zusammenbauen? Gut, überhaupt Notruf, Alarm Ja, jetzt eigentlich Kaumini Hallo, Notruf, Alarm Hallo, Notruf, Alarm Ja, mal rein Kannst du die Einser-Zahn hinten rein, also Der braucht Und der, den kann man bestimmt da reinstecken Genau Da geht es, da geht es Kann alles in ihn reinschließen Und da Da ist die Hupe Und noch so ein Einser-Zahn-Kollektor, wo es Storbs hat Gleich haben wir es Wow Und den Laptop Kann er neben sich auf den Sitz legen Nö, weil da noch ein Rettungsdienst kommt Ähm, Rettungsdienst Paul Braucht sie nicht Und die Balliner-Straße, bitte komment Da brennt's Balliner Wer ist denn Balliner? Da brennt eine Pfanne in der Küche Nein Wo? Echt? In echt? Papa In echt? Wie, 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 wie , wie, wie Ah Einsatz Braucht jemand einen Einsatz wuuu Also ich find den Ballen cool Mir gefällt den besser, der Smart Dieser RettungsSmart Er braucht nicht zu reinkommen Also weil noch ein Auto und Gelände in Hessen ist Schaut mal die Räder an. Das ist ein wichtiges Offroad-Fahrzeug. Parken, Parken, schnell! Rettungsdienst. Rettungsdienst, Rettungsdienst, Rettungsdienst. Ohne Taschenlampe, es ist nicht dunkel. Ja, ist ein schönes Set. Der Feuerwehrmann schaut schon cool aus mit seinem Helm und so. Dann kannst du da die Taschenlampe noch in den Klammern holen. Aber der hat doch nichts. Alle Einsatzbereit, es ist geschlossen. Wie, 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 wie. Stopp, stopp. Einen Satz brauchen wir. Einen Satz, wie, wie. Wie, wie, wie. Psss, 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 und gelöscht. Wir haben das Auto rein. Gelöscht, gelöscht, gelöscht. Gelöscht, Einsatz ist gelöscht. Tschüss, danke Feuerwehr. Im Set sind enthalten eine Figur mit Einsatzausrüstung, Helm, Taschenlampe, Gürtel, Handschuhe hat der gute Mann. Wir haben einen Laptop dabei. Eine Kiste für die Einsatzmaterialien. Hier haben wir drei Kegel. Wir haben einen Einsatzkoffer. Für erste Hilfe. Wir haben eine Kelle. Ein Feuerlöscher. Ein Megafon. Und ein cooles, geländegängiges Einsatzfahrzeug. Den Deckel kann man runter machen. Also das Dach vom Auto. Und dann einfach drauf stecken. Ich finde es ein cooles Set. War günstig zu bekommen. Und die bietet doch einiges. Ich und mich. Und ich bekomme einen Laptop. Guck mal, wo ist es? 8.13. Was? Also nur 13 ist es. Als ein Gelände brennt in der Hoferstraße 38 brennt. Jetzt kommt ein Alarm. Und jetzt? Jetzt müssen wir es so schnell wie möglich ins Auto rein. Alarm, Alarm, Alarm. Die Sachen reinpacken ich nicht. Schnell Alarm. Alarm, Alarm. Ein Notruf kommt an. Genau. Und der muss auch schnell rein ins Auto. Alarm, es kommt ein Notruf an. Auf Feuermannen. So. Und jetzt? Und los geht's zum Einsatz. Lertig. Okay. Hebe. Tische W Сейчас Club. Neige. entsprechend functioniell. Ent 있다. Und das ist das schwer wie möglich. Violatorlohene. Ist es das überhaupt nicht fertig. Mitte pole. uszczu張.